Herzlich Willkommen bei Schäfer Optik, Ihr Augenoptiker in Rees und in Uedem. Unsere Räumlichkeiten haben wir für Sie so eingerichtet, dass Sie sich rundum wohlfühlen. Mein Name ist Ralf Wittland, ich bin Augenoptiker und Röhrgeräteakustiker Meister. Mein Aufgabengebiet ist schwerpunktmäßig die Anpassung moderner Hörsysteme. Auch in optischen Fragen bin ich gerne hier ansprechbar. Ich bin Simon, ich bin Augenoptiker Meister, meine Leidenschaft gehört den Kontaktlinsen. Bei mir sind sie wichtig, wenn es ums gute Sehen mit und ohne Brille geht. Mein Name ist Ina, mir macht es sehr viel Spaß zu sehen, wie Sie sich durch eine Brille oder Kontaktlinsen verändern und freue mich Ihnen damit ein Stück Lebensqualität zu schenken. Mein Name ist Svenja, ich bin die Spezialistin für Brillen, Kontaktlinsen und die Messung ihrer Sehwerte. Mein Name ist Alexander Schiffer, ich bin Augenoptikermeister und liebe Brillen und Kontaktlinsen. Mein persönliches Steckenpferd sind Gleitsicht-Kontaktlinsen. Damit gebe ich Ihnen ein Stück Jugend zurück. Mit diesem Gerät vermissen wir Ihre Hornhaut auf über 20.000 Messpunkte. Hier werden alle Besonderheiten der Hornhaut grafisch erfasst. Der Linsenhersteller kann nun eine individuelle Linse fertigen, die genau auf Ihrem Auge passt. Wir passen Linsen an, die passen. Wir passen Linsen an, die passen. Linsen an, die passen. Linsen an, die passen.